Prinz Hubertus, vielen Dank für die Beauftragung der Leistungen. Wenn Sie uns in kurzen Worten umreißen würden, warum Sie sich für die Leistungsausführung durch die Firma JON Garten, Landschafts- und Sportplatzbau entschieden haben. Ja, Herr Danas, ich habe mich zunächst für die Firma JON entschieden aufgrund Ihres Angebotes und der Empfehlung von Bekannten und Freunden und bin sehr, sehr glücklich mit dieser Auswahl, denn Sie haben nicht nur es geschafft, diesen Schlosshof wunderschön herzurichten, sondern auch, und das war mir immer ganz wichtig, das termingerecht und zeitgerecht, den Zeitplan einzuhalten und insofern möchte ich mich für die Ausführung ganz herzlich bei der Firma JON bedanken und komme gern wieder bei weiteren Projekten auf Sie zu. Wir danken Ihnen für die gute Zusammenarbeit und hoffen auch im Jahr 2017 schöne Projekte zusammen machen zu können. Vielen Dank. Herzlichen Dank.